Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostümen und Masken? In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen. Wofür stand der Ausdruck eiserner Vorhang? Für die Abschottung Punkt. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft Punkt. Was bedeutet der Begriff europäische Integration? Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer? Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen in Deutschland? In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Welcher ist die Flagge der Europäischen Union? Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Sie möchten bei einer Firma in Deutschland ihr Arbeitsverhältnis beenden? Was müssen Sie beachten? Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit Punkt. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag Punkt. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, Punkt. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Punkt. Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirkt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil Punkt. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der Punkt. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Was bedeutet die Abkürzung SPD? Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung, Punkt. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der Punkt. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute? Für wie viele Jahre wird der Landtag in Schleswig-Holstein gewählt? Versuch die Abkürzung für Neuge wie die Impfung in Deutschland, aber das ist eine sinnvolle Instanzierung im Jahrgü跌! Und so ist die Abkürzung im Jahrgü跌! Wir haben seine Sportas- oder Wechselwahl in Deutschland verursachstube, und so ist die Abkürzung im Jahrgü跌! Wir haben wasn't ein Abkürzung in Deutschland gewählt! Was ist ein Abkürzung im Jahrgü跌? Ich bin, aber du bist ja? Der Punkt. Was ist das? Und so ist das? Vielen Dank.